Per Voreinstellung skaliert Excel automatisch. In diesem Beispiel also 0 als Minimal und 80.000 als Maximalwert. Als Intervall hat sich Excel für 10.000 entschieden. Von 0 an geht es in Zehntausender-Schritten aufwärts bis zum Maximalwert. Nehmen wir an, 100.000 ist der Sollwert und das Diagramm soll die Kluft zwischen Ist- und Sollwert veranschaulichen. So geht's. Öffnen Sie den Aufgabenbereich Achse formatieren, zum Beispiel über die Variante Rechtsklick auf die Größenachse. In der Kategorie Achsenoptionen wählen Sie statt der Voreinstellung Auto einen festen Maximalwert, tippen den gewünschten Wert ein und drücken die Tab-Taste, damit der Wert übernommen wird. Wenn Ihnen die Zehntausender-Schritte zu eng erscheinen, ändern Sie das Hauptintervall. Legen Sie den gewünschten Wert fest und drücken Sie wiederum die Tab-Taste, damit der neue Wert übernommen wird. Vorsicht, Stolperstein! Ein eingetippter Maximalwert ist in Stein gemeißelt. Übersteigt ein Wert der Datentabelle irgendwann einmal diesen Maximalwert, passt sich die Skalierung nicht an die neuen Gegebenheiten an. Erst wenn Sie wieder die automatische Skalierung einschalten oder einen Maximalwert festlegen, passt das Diagramm wieder. Stolperstein GAL 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 Untertitelung des ZDF, 2020